Und ein Moinzen zu den dieswöchigen VfB-News. Ja, wir haben wieder einiges zu tun, einiges abzuarbeiten. Wir fangen direkt mal an mit einem Tweet. Ich schaue jetzt nur noch in die Zukunft und hoffe, dass Klaus Vogt und Thomas Hitzberger diese gemeinsam gestalten wollen, schrägstrich dürfen. Der eingeschlagene sportliche Weg ist identitätsstiftend und zugleich vielversprechend. Und von diesem Weg darf man sich nicht abbringen lassen. Das ist, glaube ich, genau das, was auch die meisten VfB-Fans so sehen würden. Dann geht es noch um die Personalie Mola. Missintat hat gesagt, er ist ein brutaler Charakter, ein absoluter Musterprofi, er ist in der Kabine und auf dem Platz voller Energie für die Mannschaft. Wir warten auf ihn. Er wird bei unserer Bundesliga spielen, schreibt der Twitter-User hier dazu. Bei Sascha hat sich das Warten auch gelohnt, bin zuversichtlich. Der war ja schon wirklich nicht verkehrt in der 2. Liga, das muss man ja ehrlich sagen. Er ist ja wieder wirklich ein richtiger Pechvogel, was Verletzungen und sowas angeht. Deswegen hoffentlich kommt er noch was zurück vom guten Mola. Hoffentlich sehen wir was von ihm, weil da hätten wir ja auch unseren Ersatz für beispielsweise einen Sosa auf links halt. Schon in den eigenen Reihen. Dann, Karlajic-Aussage. Ich fühle mich rundum wohl beim VfB, aber das wäre wirklich eine schwere Entscheidung, weil ich Liverpool sehr mag. Dieser Verein ist für mich einfach was Besonderes. Da wissen wir also auch so quasi auch seinen weiteren Lieblingsklub. Ich bin ja auch großer Liverpool-Fan, noch quasi an Nummer 2 seit Jahren. Macht ihn für mich nur noch mal sympathischer. Und gut, ich glaube die Gefahr, dass da Liverpool bei ihm anklopft, ist erstmal recht gering hoffentlich. Natürlich, wenn ich auch die Artikel jetzt hier 20 bis 20 Millionen ablöse, Karlajic beschäftigt sich nicht mit Anfragen. Da geht es dann um West Ham als Rom und so Geschichten. Ja, aber bei ihm ist es wirklich recht wenig Gefahr, dass der diesen Sommer schon geht. Bin ich irgendwie, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Sagt er auch hier über einen längeren Verbleib beim VfB. Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, denn beim VfB passt im Augenblick alles. Im Moment zählt, dass es richtig Spaß macht hier zu spielen. Ansonsten würde Silas Wameki Duka nicht seine Übersteiger machen oder wir würden uns nicht alle auf Vataru Endo stürzen, nachdem er doppelt getroffen hat. Das macht schon richtig Bock und das ist eine schöne Aussage, die man gerne hört. Und das Gerücht war ja auch Leipzig so ein bisschen mal vor ein paar Wochen. Die haben sich jetzt den Brian Probey geholt vor ein paar Tagen von Ajax, auch ein Riesentalent. Heißt aber auch, dass vermutlich halt Leipzig erstmal nicht an Karlajic interessiert ist, vermutlich. Plus auch, die Personale hängen ja auch noch seit Jahren in der Luft. Auch vielleicht nicht an Balogun von Arsenal, das Sturmtalent, an dem wir auch noch so ein bisschen scheinbar mit in der Verlosung sind, wenn es darum geht, dass der im Sommer Arsenal ablösefrei verlassen könnte. Dann, Ankündigung zur Mitgliederversammlung 2020 und 2021. Sie wird am 18. Juli diesen Jahre stattfinden, ab 12 Uhr. Und tatsächlich quasi im Stadion, wenn es alles so halt funktioniert. Präsenzveranstaltung im Stadion. Da muss man ja gucken, wie das Pandemiegeschehen aussieht. Aber haben wir schon mal wieder Termin, einen weiteren. Dann gab es da auch noch ein Zitat dazu. Der Vereinsbeirat freut sich daher auf Bewerbungen von überzeugenden Persönlichkeiten, die gewillt sind, am 18. Juli 2021 in einer demokratischen Wahl möglicherweise auch gegen den amtierenden Präsidenten anzutreten. Schon mal gut, weil das war auch so ein bisschen das Hauptproblem, wenn man jetzt über eine PK, äh PK, über eine MV gesprochen hat in diesem März oder so war, glaube ich, das Thema. Dass er halt kein Gegenkandidat gewesen wäre. Deswegen, Gegenkandidat brauche ich da schon in der Wahl. Auch wenn ich immer noch glaube, dass der Vogt gute Karten hat, auch mit dem Gegenkandidaten. Wer auch immer das dann sein mag. Aber der muss halt eigentlich schon da sein. Deswegen ist das schon mal gut. Und dann, der nächste Sieger, VfB-Tweet, Zielers im November, Bundesliga-Rookie des Monats, Zielers im Dezember, Bundesliga-Rookie des Monats, Zielers im Januar. Vier Tore in fünf Einsätzen hatte ich so gar nicht mehr im Kopf, weil Januar kam, das wurde so ein bisschen überscheinend von jetzt irgendwie Bielefeld und so weiter, so ein paar Spiele, ne. Und dann Zielers im Februar, Bundesliga-Rookie des Monats. Schon wieder das Ding geholt. Auch der Tweet, den Titel hat der VfB schon mal sicher, mit der Auflistung eben bildlich von allen Siegern bisher. Wir hatten im September Jude Bellingham, das geht um hier diesen Rookie of the Month, ne. Jude Bellingham, da war aber auch einer von uns mit in der Verlosung. Ich meine, es war Klimovic oder Kalajic, einer von den beiden. Aber halt der Dortmund-Hype, geht ja auch so ein bisschen immer noch im Voting, ist halt, ja, einfach groß gewesen beim Dortmund. Deswegen hat es erst gewonnen, dann Oktober hat es Klimovic gewonnen, November hat es Silas gewonnen, Dezember hat es Silas gewonnen. Gut, im Januar war aber der Hype bei Hoppe, wie auch immer, von Schalke. Und Februar wieder Silas, schon dreimal geholt das Ding. Richtig krank, auch richtig krank, Tweet vom 14. März, also jetzt nicht mehr genau vor acht Jahren, aber vor acht Jahren. Der VfB kommt bis heute das letzte Mal über die Qualifikationsrunde der Europa League hinaus und scheint im Achtelfinal gegen Lazio Rom aus, Hinspiel nur zu zwei, Rückspiel eins zu drei. Krank, 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 wie lange das her ist. Genauso krank ist, wenn das alles so aufgeht und gegen Hoffenheim sah es schon mal gut aus, weiter in die Rennspherrpolitik von Sven Mislintat, hat er geschrieben, es ist eine große Aussichtung an Mislintat, wie er hier auf Position quasi einen direkten Nachfolger vorausschauend und mit Polster in der Planung verpflichtet und damit einen derart ruhigen und natürlichen Übergang ermöglicht. Neuestes Beispiel, Nairo Ahamada. Weiter geht's mit, auch ein schöner Tweet, geister VfB-Stürmer seit dem jungen Mario Gomez, das zählt auf den guten Sascha Kalajcic ab. Wenn man aber länger drüber nachdenkt, zählt Kakao noch so ein bisschen in den Bereich rein, aber rein von Fähigkeiten, Kakao war schon geil, aber vermutlich hat der Tweet auch fast recht. Wenn wir in den Kommentaren schreiben, wer ihr da vielleicht noch im Kopf habt, was Geisterstürmer angeht, gab ja irgendwann mal die Frage, ob vielleicht irgendwie VfB-Tierlisten oder sowas interessant sind, das könnte man ja beispielsweise machen, wenn die Saison vorbei ist, wenn da mal ein bisschen Leerlauf ist, doof gesagt, kann man einfach ein paar Tierlisten machen, aber der Tweet könnte sich, klar, der zockt jetzt nicht mal eine ganze Saison beim VfB quasi richtig, aber er könnte sich bewahrheiten. Dann, natürlich stehen gerade die Offensivspieler im Mittelpunkt, aber mindestens so wichtig für den aktuellen Erfolg ist die meiner Meinung nach sensationelle Entwicklung der Herren Kempf. Anton und Mafopanus, die werden von Woche zu Woche besser, bin ich auch dabei. Hier schreibt auch einer drunter, Kempf hat dieses Jahr einen richtig krassen Sprung gemacht, da bin ich auch dabei. Und halt, schreiben Sie halt weiter drunter. Und dahinter steht noch ein Kobel und davor Endo und Mangala. Die Defensivreihe, ne, gibt auch diesen Spruch, glaube ich, irgendwie die Defensive gewinnt die Meisterschaften oder sowas. Und das ist halt der Fall. Wir haben eine extrem aussieglichen, starke Elf. Wir hatten oft schon irgendwie ein paar Einzelspieler, die richtig geil waren, aber wirklich schon lange nicht mehr so ein Teamgefüge, wo du auf jeder Position zufrieden bist. Dann ist echt krass, dass wir seit dem Kursen ungeschlagen sind und man dabei betrachten muss, dass Nico noch nicht mal dabei ist. Das ist halt genau das. Bin auch mal gespannt, was mit Nico geplant wird für morgen fürs Spiel in München. Ich tippe weiterhin, dass er auch von der Bank aus kommen wird. Und dann hier haben wir es auch schön. Das schwierige Umfeld des VfB und sind wieder einmal nicht die Fans. Mit dem Druck, der er zeigt, klappt es im Endspurt vielleicht gar nicht. Lieber zurückhalten. Und da hat ein Twitter-User den Artikel der Sugar-Zeitung verlinkt, wo es hieß im Titel Endspurt, das neue VfB-Ziel heißt jetzt Europa. Na, das sind nicht immer nur die Fans. Es sind nicht immer nur die Fans. Das hat halt jeder seine eigene Meinung zu Europa. Ob man das will, ob das zu früh kommt, whatever. Aber Druck von außen machen zumindest nicht die Fans. So ehrlich muss man auch sein. Dann, VfB, es wurde nämlich Klimovic nominiert. Ich glaube, hat er damit den Länderwechsel gemacht? Ich weiß es gar nicht genau, ob er schon mal in der U-Nationalmannschaft für Argentinien gezockt hat. Aber er ist im Kader für die U21 der deutschen Nationalmannschaft, die ja jetzt erstmal in der Länderspielpause, ich glaube die EM-Gruppenphase zocken. Also nächste Woche halt in der Länderspielpause. Und dann auch ähnlich wie die richtige EM quasi nach Saisonende die Endrunde fertig spielen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil, dass sich da auch wieder jemand gefestigt hat oder jemand auch wieder nominiert wurde, der auch, keine Ahnung, der bei uns gerade nicht krass Fuß fasst. Ich habe schon länger keine tollen Aktionen mehr von Klimovic im Kopf. Jetzt auch länger mal gefühlt nicht eingewechselt worden. Also schon ein cooles Zeichen für den Jungen. Vielleicht hilft es ihm, vielleicht bringt es ihm nochmal ein bisschen Antrieb. Dann auch sehr wichtig, wir haben die Verantwortung übernommen. Die Datenaffäre ist quasi abgeschlossen. Es gab eine PK oder halt eine Presserunde mit Vogt und Hitzesberger, wo sie sich entschuldigen, wo sie nochmal Einblick geben, was so abging und so weiter. Gerne durchlesen, natürlich alles wieder verlinkt. Ihr wisst Bescheid, Stand der News ist heute so zwölf herum grob, also mittags. Gibt es auch ein FAQ und so weiter dazu zu dem Ding, worum es genau ging und so weiter. Deswegen, wer sich das genau durchlesen will. Aber für uns ist erst mal vor allem wichtig, dass das Thema scheinbar mehr oder minder vom Tisch ist. Jetzt sind vielleicht noch so ein paar kleine Nebenspielplätze quasi noch passieren, aber an und für sich ist das Thema erst mal vorbei. Auch Hitzberger hat dann gesagt, hat ein Twitter-User zitiert, ich musste die Erfahrung machen, dass ich nicht zu jeder Zeit alles verstanden habe, was die Mitglieder und ihre Gemütslage betrifft. Das ist nun anders und ich nehme das als wichtige Erfahrung mit. Das ist ein gutes Statement. Hat auch Hitzesberger darauf reagiert, quasi auf das Lob, dass so ein Statement wahre Größe zeigt. Hat Hitzesberger reagiert und sich bedankt quasi Dirk Preiß, hat auch dann hier, wurde hier zitiert, oder zitiert Vogt, eine Zusammenarbeit mit Hitzesberger über dessen Vertragsänder 2022 hinaus anstreben, also dass er die anstreben würde. Und Hitzesberger auch signalisierte ebenso über 2022 hinaus zu planen, auch im Falle einer Wiederwahl Vogts bei der kommenden Mitgliederversammlung am 18. Juli. Also ich glaube, das Kriegsbeil ist hoffentlich so ein bisschen wieder einfach zu einem normalen Arbeitsverhältnis zurück. Und das kann man, glaube ich, nur gutheißen. Das Statement hier ist auch sehr schön, hat auch alle Gremien, Organe, EV, AG und so weiter alle unterzeichnet quasi. Der VG-Gutat will ein im besten Sinne schwäbisch korrekter, professioneller und sympathischer Verein sein. Ein nicht rechtskonformer Umgang mit persönlichen Daten seiner Fans und Mitglieder passt nicht zu diesen Werten. Ebenso widerspricht es den Werten des VfB, wenn 2016 und 2017 offenbar in Teilen des Vereins die Überzeugung herrschte, der VfB sei auf fragwürdige Ansätze von Social Media Marketing angewiesen. Unabhängig davon, wie umfangreich deren konkrete Umsetzung war, bleiben Überlegungen und Planungen dieser Art unvereinbar mit den Werten und Ansprüchen des VfB Stuttgart. Mit dem Abschluss des Bußgeldverfahrens und der Untersuchungen ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, um wieder nach vorne schauen zu können. Das bedeutet aber eindeutig nicht Schwamm drüber. Es bleibt unsere gemeinsame Aufgabe, durch künftiges Verhalten, Vertrauen und Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Dabei bitten wir alle VfB-Mitglieder, Fans, Partner und Sponsoren um ihre Unterstützung. Und das liest sich schon mal ganz schön. Klar ist immer halt formalisch, formalisch, jo. Einfach Formalien. So ist, glaube ich, mehr Deutsch als formalisch. Aber liest sich natürlich immer schön. Und scheint ja quasi jetzt halbwegs abgehakt zu sein, das Thema. Auch noch vom Vogt. Die letzten Monate waren die schwersten in meinem Leben. Darunter habe ich auch gelitten. Es war sicher nicht alles vergnügungssteuerpflichtig. Auch ein geiles Wort. Trotzdem war es mir immer ein Anliegen, Interessen und Rechte der Mitglieder würdig zu vertreten zu können. Hat Twitter-User auch geschrieben. Ist dir gelungen. So. Die Bild berichtet, was wir alle schon ja wissen, ne. Oder, ne. Dass die bei uns im Verein darauf Bock drauf hätten, ist uns, glaube ich, allen bewusst so. Das wollte ich damit ausdrücken. Europa, also Miss in Tat wurde da interviewt oder zitiert. Europa, Fragezeichen, würden wir voller Inbrust spielen? Also, mal gucken. Mal gucken. Hat auch gesagt, wenn wir Europa nicht als Ziel ausrufen, heißt es ja nicht, dass wir nicht alle Spiele gewinnen wollen. Wenn dann Europa rauskommt, toll. Und ich glaube, so recht normal kann man damit auch umgehen. Auch in Sachen Conference League hat er gesagt, ja, bin doch egal, wenn wir da reinkommen in die Conference League, dann kicken wir die auch mit Bock und mit voller Inbrust. Wir haben aber wieder das Thema Europa. Wollen wir das, wollen wir das nicht? Wer hat man das erreichen können mit dem Schlussprogramm der Liga? Who knows? Who knows? Aber, weiterhin, glaube ich, die richtige Einstellung von allen, ja, einfach von allen Leuten, die gerade halt einfach, ne, die Macht im Verein haben. Doof gesagt. Dann auch krass. 25. Spieltag ist in der Bundesliga. Es spielt acht Vereine, haben aktuell mehr Punkte als in der Vorsaison auf der Halben, haben seit zehn Vereine weniger. Bei den Aufstellungen Stuttgart und Bielefeld wird die letzte Bundesliga-Saison der beiden Klubs als Vergleich genommen hier von die falschen Neuen. Nein, war der VfB auf Nummer eins. Klar, wir sind damals abgestiegen, aber trotzdem, zum damaligen Zeitpunkt in der Abstiegssaison hatten wir 17 Punkte weniger, als wir es jetzt haben. Das ist schon krank. Die Sehnsucht, mir einen Impfstoff in die Venen zu jagen, wird immer unerträglich, aber fast so stark wie Sascha endlich live spielen zu sehen. Auch ein schöner Tweet. Und dann nochmal ein weiterer Nostalgie-Tweet quasi, oder ein Throwback-Tweet. Vor elf Jahren der VfB bestreitet sein, bis heute letztes Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona im Camp Nou vor gut 85.000 Zuschauern. Hinspiel 1 zu 1, Rückspiel 0 zu 4. Folgende Startelf wurde von Coach Christian Groß ins Rennen geschickt. Da sind so Kollegen dabei wie Niedermeyer, Lehmann, Delpierre, Pogrebnia, Kedira, Celozzi, Kusmanowitsch, Trash, Kakao, Chlepp und Molinaro. Unfassbar. Elf Jahre her. Dann hier, VfB, hat der Kicker berichtet, Staatsanwalt schmettert Strafanzeige ab. Es gab ja von einem quasi gegen anonym, von einem Mitglied, das anonym bleiben wollte, wurde quasi gegen unbekannt quasi. Ja, habe ich auch berichtet im Podcast. Einfach eine Anzeige quasi rausgeballert und die wurde jetzt scheinbar, weil es einfach keinen Grund hat, doof gesagt, oder einfach halt nichts hinter sich hat, abgeschmettert. Auch schön zu lesen. Der VfB nutzt die Länderspielpause, schreibt der VfB auf Twitter, für ein Testspiel gegen den Zweigeligisten Würzburg am Donnerstag, 25. März. Sollen sie das mal machen, natürlich ohne Zuschauer. Wir hoffen nur sehr, weil wir hatten es ja schon ein paar Mal, den Fall, und deswegen hoffen wir sehr, dass es da einfach dann nicht zu dummen Verletzungen kommt. So. Europa Conference League, Teams, Termine, Modus TV. Klickartikel sehr gerne durchgelesen, wie es interessiert, wie es da so aussieht. Es ist halt, ja, also attraktiv ist halt wirklich was anderes. Wenn man so Sachen liest, wie ein Pokalsieger aus San Marino dabei ist, bei uns wäre es dann halt, da vermutlich einer der ersten sechs Klubs den Pokal gewinnen wird, oder gefühlt immer einer der Top-6-Klubs in der Bundesliga mit dem Pokal gewinnt, wird der siebte wieder die Quali-Runde machen dürfen. Sonst wäre der sechste Platz, glaube ich, der Qualifikationsplatz für die Conference League. Es wird aber halt auch heißen, was steht hier dran? Die Saison startet mit der ersten Qualifikationsrunde am 8. und 15. Juli. Der Bundesliga steigt am 19. und 26. August in den Playoffs ein. Gut, dass der Bundesliga ist erst zu spät einsteigt. Ich stelle mir vor, du fängst im fucking Juli an damit. Gruppenphase zwischen dem 16. September und dem 9. Dezember. Finale 25. Mai in Tirana in Albanien. TV-Rechte liegen wohl bei RTL, Nitro und dem Videoportal TVNOW. Also das ist schon alles nicht so krass attraktiv. Ich bin tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, hatte gedacht, dass wir tatsächlich im Juli beginnen, aber zum Glück, der Bundesliga steigt erst im August ein. Also schon mal besser, was das angeht mit Vorgeplänkel. Trotzdem sind natürlich immer so blöde Playoffsrunden so dermaßen unnötig eigentlich. Dermaßig unnötige weitere Belastung oder weitere, ja, doch, weitere Belastung halt einfach. Deswegen können wir, wie gesagt, gerne, habe ich ja vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen, gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon halten würdet, wenn es der VfB denn schaffen sollte, in die Europa League zu kommen oder halt in die Conference League zu kommen. Generell europäisch zu spielen. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn dann bitte schon richtig, doof gesagt, und richtig im Sinne von Euro League und nicht Conference League. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sind genau die gleichen Spielzeiten in der Euro League scheinbar. Auch 18.45 Uhr und 21 Uhr Donnerstagabends. Aber wenn du wirklich eine Quali-Runde in der Conference League im August zockst, Donnerstagabends, Viertel vor sieben, da wird auch in der Mercedes-Benz Arena nicht wirklich viel los sein. Mal gucken, mal gucken, mal schauen. Die Saison ist eh noch lange nicht vorbei. Also wenn überhaupt Fans rein dürfen, das war immer vorausgesetzt. Drama in drei Akten, finde ich auch geil. 16. November zu 20, Auszeichnung, Pitch of the Year, also bester Rasen in der Zweidiger-Saison haben wir bekommen. Und dann guckst du dir das Sachen an, wie das Spiel gegen Schalke oder so, so eine Heimspielgerade, die dermaßen beschissen aussehen auf dem Rasen. Und dann auch Jobsuche beim VfB, Greenkeeper gesucht. Ja, Drama in drei Akten. Das bestreitet sich wirklich ganz schön. Dann hier auch, deswegen sage ich ja, Nebenschauplätze, Verfahren nach Trennung von Mitarbeitern, schreiben die Schöger-Nachrichten. Zwei Vorstellungen, zwei Führungskräfte mussten den VfB im Zuge der Datenaffäre verlassen. Nun gehen alle vier Personen juristisch gegen Bundesliga-Listen vor. Mal gucken, was daraus noch passiert, wenn man da auch noch nachtreten mag aus dem, ne, aus, auf Seite der Entlassenen. Philipp Förster, du hast Kommentare auf Social Media, ich bekomme das schon mit, aber ich lasse das nicht, ich halte es nicht an mich ran, sich als Einzelner aktiv und direkt zu werden, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Da muss man auch sagen, klar, wir haben natürlich das Philipp Förster-Meme-Emo-Ding, so ein bisschen das Kanal-Meme geworden nach der zweiten Liga-Saison vor allem, aber er bessert sich, er ist wirklich auf dem Weg, also nicht, ich wollte gerade auf dem Weg nach oben sagen, aber seine Formkurve zeigt nach oben, das ist besser formuliert. Deswegen ist sowas so hardcore unnötig und Hate-Kommentare und sowas einfach bleiben lassen, ganz einfach. Dann, Silas Wamangituka hat ein Inform bekommen, in FIFA 20, bin ich behindert heute, in FIFA 21 natürlich, steht aktuell auf so 84,5 tausend Münzen, ein kranker Inform, einfach 98 Pace, 82 Schuss, 99 Füßes, 87 Dribbeln, klar, ein bisschen reinkacken tut er, dass er zwei Sterne schwarer Fuß hat, dafür hat er die Fünf-Sterne-Skills, richtig groß, und ist halt wirklich auch bei Leuten, die es vielleicht nicht dem VfB groß verfolgen, aber er ist halt trotzdem im Hype. Das ist einfach so, das heißt, seine nächste Special-Karte nach seinen Silber-Stars, den er ja bekommen hatte, nur halt, dass man den Silber-Stars damals kostenlos quasi erzocken konnte, und die Karte jetzt halt bei so grob 80k steht. Schauen wir mal weiter, hoffentlich sinkt es noch so ein bisschen für uns FIFA-Zocker, und auch, das passt jetzt heute nicht mehr in den Podcast rein, rein zeitlich, aber heute um 16 Uhr ist es, glaube ich, am Freitag, müsste, oder, ja, müsste auf jeden Fall rauskommen, wer der Player of the Month im Februar ist, und dann müsste und hoffentlich, und wie auch immer, ist es dann auch Sascha Kalajdzic, das wäre dann wahrscheinlich was, was ich dann hoffentlich im nächsten Podcast sagen darf, dass er eben die Karte hat und gerne holen in FIFA die SBC. So, die Jugendabteilung, Sportschauber berichtet, die Jugendabteilung des VfB-Spielers hat in der jüngeren Vergangenheit durchaus den einen oder anderen Topspieler geschmiedet und führt das Jugendranking an. 30 Spieler kommen seit 2000 aus der Jugend des VfB und spielen nun, oder spielten dann quasi, in einer Top-Liga. Die nennen hier halt zum Beispiel Namen wie Kimmich, Werner und Gnabry. Sehr, sehr geil. Ich meine, wir wussten das schon, was wir diesen Flex haben mit unserem Nachwuchsdinger. Da muss man mal so sehen, dass du in der Bundesliga halt so krass bist, auch vor Schalke bist und sowas. Ist schon was Schönes. Dann hier, über den Football, aber quasi von der Bild zitiert. Die Bild hatte dabei die Wechselwahrscheinlichkeit der beiden VfB-Profis geschätzt. Während bei Wamekiduka mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent auf einen Transfer durchaus noch Restchance auf einen Verbleib. übrig sind, wird González möglicher Abgang mit 85 Prozent angegeben. Ja, mal gucken. Ein bisschen der Tag dazu. Auch zum Beispiel gesagt, wenn ein Spieler bereit ist, dann muss man sprechen. Es wäre in diesem Fall nicht in Ordnung, seine Entwicklung zu blockieren. So wird es auch gelaufen sein, weil sonst kannst du solchen Jungs wahrscheinlich auch nicht sagen, hier, Kerle, Vertrag bis an Dubac, bis in drei, vier Jahren. Keine Ausstiegslausel. Du wirst es schon gesagt haben, du, wir wissen schon, dass wir Ausbildungsverein sind. Wenn da halt das oft zitierte Ding von Top-16-Klubs und sowas kommt, dann müssen wir halt reden, wenn du da Bock drauf hast. Wir legen dir nicht die krassesten Steine in den Weg. Aber es sind wirklich die beiden Personen. Ich nehme vielleicht noch einen Mangala mit ins Boot rein, je nachdem, wie schlimm die Verletzung sich entwickelt. Aber gut, na gut, die hält auch noch drei, vier, fünf Wochen vielleicht, wenn es schlimm ist. Also das sollte ja auch keinen Transfer irgendwie aufhalten. Die drei wirklich fast am gefährlichsten Seen und da wirklich, glaube ich, am höchsten, weil er eben auch schon so oft kolportiert hat, dass er vielleicht wechseln will, so oft auch anfällig ist. Verletzungen sehe ich, glaube die wahrscheinlich mit den 85 Prozent bei Gonzalez auch. Vielleicht nicht so dermaßen hoch, aber schon am höchsten ist sie da 70 Prozent. Ja, kann schon sein wie im Hype, aber am ehesten von den drei denke ich immer noch, dass es dann Gonzalez erwischt, der dann wechselt. Hier auch ein schönes Bild von der Mima-Kette, quasi das Spongebiet mit Patrick, wo Patrick sagt, wir können immer noch absteigen. Dann wird hier gezeigt, zack, Platz 8, zack, mehr Siegershinterlagen. Auch krass, hatte ich sogar nicht im Kopf, aber gut, wer auf Platz 8 ist, wird es vermutlich haben, so einen Wert. Kobel ist ein Top-5-Torwart, kann man auch zustimmen, 14 Punkte auf Platz 16 Abstand, ja, viertbester Sturm der Liga, wild, habe ich ja auch schon im Vorbericht zu den Bayern gesagt, dass wir dermaßen krass hoch sind, was Tore angeht und dann Sascha Kalajtic noch quasi als Riesenberg hier noch als weiteres Beispiel, finde ich auch sehr schön. Da Matarazzo, quasi was von der PK, glaube ich noch, dazu gehören auch die Überlegungen, wie wir das Spiel selbst gestalten können. Dann schreibt der Twitter, Jusse hat denn Matarazzo bei unseren ehemaligen Führungsspielen nicht gelernt, dass es ein absolutes Bodungsspiel ist. Da muss man gleich dreimal nicht gewinnen, Punkten verboten, fand ich schön, weil der Wind hat sich so ein bisschen geändert hier in Stuttgart. Dann hier auch der, nicht nur Müschen-Taz, und auch der Mafopanus könnte sich durchaus vorstellen, nochmal ein Jahr bei uns zu kicken, ist halt die Frage, er geht im Sommer zurück nach Arsenal, kriegst du nochmal für ein Jahr geliehen oder nicht, ist jetzt halt die Frage, mal gucken. Dann hier gute Chancen für Castro und Alga Dui, das wusste man auch schon als Castro, vermutlich, würde ich auch machen, beide Verträge laufen im Sommer aus, dass du halt wahrscheinlich das mit dem Castro noch einen Ein-Jahres-Vertrag gibst, das ist glaube ich recht typisch in dem Alter, so gucken, was noch geht, weil die Saison ist ja bisher richtig, richtig gut und auch in Alga Dui hieß es ja schon durch, dass man auf jeden den, ja, als zweiten, dritten Stürmer, nimm den halt mit, der auch ein Musterprofi, ist ja eigentlich in der Bundesliga ständig verletzt, da wäre es einfach nur sympathisch, allzu krass viel Geld würde er auch nicht verdienen, dem kann es auch nochmal einen Ein-Jahres-Vertrag geben oder so. Dann hier fand ich, habe ich mit reingenommen, weil ich es einfach interessant fand, dann sind wir auch schon fast am Ende oder gleich am Ende, danach kommt noch eine Sache, vom Materazzo im Interview mit elf Freunden, der Weg zum Erfolg ist mir wichtiger als der Erfolg, denn Erfolge kommen automatisch, wenn der Weg stimmt. Das stimmt so, ist auch in Ordnung, sowas zu sagen, wenn es auch gerade vor allem so läuft, aber ich könnte schwören, dass das damals Tim Walter gefühlt im Wortlaut genau so auch gesagt hat und das wurde dann später quasi vermissend hat und Hitzesberger und sowas eher negativ ausgelegt quasi, dass eben dann kein Erfolg da war so und das ist jetzt erstmal wichtiger. Ist natürlich eine andere Situation, klar, weil gerade läuft, damals lief es auch okay, aber damals ging es noch krasser um, Kerle, wir müssen diese scheiß Saison aufsteigen, als jetzt diese Saison irgendwie, weil der Klassenhalt ist quasi durch, da kann man sowas lockerflockiger sagen, aber fand es interessant, weil ich glaube oder meine zu glauben, dass der wirklich 1 zu 1 gefühlt genau das gesagt hatte damals der Tim Walter und dann die Mannschaft, DFB-Team, zum Schluss hier unser Kader für die WM-Qualifikationsspiele im März. Man drückt drauf und man sieht keinen Waldemar Anton und keinen Kämpf. Finde ich sehr schade, Anton hatte ich wirklich schon so ein bisschen, nicht erwartet, aber schon sehr, sehr erhofft. Nun stehen da halt Leno, Neuer, Terstegen, Trapp in der Abwehr, Can, Ginter, Gosens, Heisenberg, Klostermann, Max, Rüdiger, Süle, Ta, Ta, du wirst mir erzählen, dass Jonathan Ta vor einen Anton aktuell einzureihen ist, was deutsche Innenverteidiger angeht, egal. Knapp, Rigoretzka, Gündogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Groß, Musiala, Neuhaus, Sané, Werner, Würz und Armin, Younes, das heißt auch, keine neuen Nominierungen von Hummels, von Müller, von wie sie alle heißen. Vielleicht kommen die ja noch, wer weiß, sind jetzt erstmal die Quali-Spiele gegen, was weiß ich, können sie ja alles zocken. Was ist das hier? Island, Rumänien und Mazedonien, glaube ich. Da brauchst du jetzt auch noch nicht den krassesten Scheiß der Welt da irgendwie ranstellen, verstehe ich auch. Vielleicht sind die ja vielleicht doch noch was für die EM später, für die richtigen Nominierungen, aber wenn man schon so einen experimentellen Kader macht, hätte ich mir wirklich auch schon irgendwie einen Anton gewünscht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, checkt morgen den Stream ab, wenn es gegen die Bayern geht, richtig, richtig Bock, vielleicht kann man wirklich was mitnehmen in München. Dazu ja nochmal die Vorberichte anschauen, mit dem guten Niklas oder den, den ich alleine ja immer wieder mache, dann den VfB-Vorbericht quasi mit den, ja, Statistiken, Fakten, schieß mich tot und dann bis zum nächsten Mal.